Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir Dankarompa Dekadenz aus in der Collector Edition für die Nintendo Switch. Ist vor einigen Tagen eingetroffen, konnte aber leider kein Video machen, da ich wieder viel arbeiten musste. Ich habe es ja bemerkt, ich war nicht so aktiv. Gestern auch bis 9 Uhr gearbeitet, was ein bisschen doof war, aber gut. Heute haben wir Sonntag und heute packe ich einige Sachen aus, aber ich hoffe, man merkt nicht, dass ich müde bin. Das sind Novel-Spiele, die hier drin sind. Die sind damals für die PS Vita erst erschienen, dann aber auch für die PS4 noch mal als Gesamtedition und jetzt hat Namskull Games diese als Collector Edition für die Switch veröffentlicht. Das sind, wie gesagt, Novel-Spiele. Es gibt aber auch ein Dankarompa Dispair, hieß das, das für die Vita erschienen ist. Das fand ich persönlich ziemlich cool. Ich glaube, das ist hier aber nicht enthalten. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Und ja, die Collector Edition ist ab 16 Jahren freigegeben. Wenn ich einen Launch-Trailer finde, verlinke ich euch diese natürlich auch in der Videobeschreibung. Und wir gucken uns mal das schöne Stück hier an. So sieht die Seite aus. So, die Rückseite. Und, ja, hoffentlich erkennt man alles. Wir haben hier einmal Dankarompa Trigger Happy. Das ist der erste Teil, da habe ich gesehen. Dann Dankarompa 2. Dann Dankarompa V3. Das war der dritte. Den habe ich mir vor zwei Jahren für die Vita aus Frankreich besorgt für 50 Euro. Ich habe für die Vita den dritten Teil und den Dispair-Teil. Die ersten zwei Teile habe ich gar nicht viel Vita. Und hier gibt es aber einen brandneuen Titel. Dankarompa S Ultimate Summer Camp. Ich glaube, das ist ein ganz neuer Teil. Also, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwo vorher erschienen ist, aber das ist ein neuer Teil auf Konsolen auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen Poster. 18x24. Dann ein Remax, Soundtrack und ein Bucklebit-Set und Sammlerbox. Ja, das Spiel geht in TV-Modus zu einspielen. Ein Handheld-Modus und auch in Dock-Modus zu einspielen. Wird aber vom Pro Controller unterstützt. Zusätzliche Käufe möglich steht hier. englische Software nur. Ja, und entwickelt wurde es von Spike Chance Soft und Nanskull Games hat es gepublished. Damals ja nicht Amerika. So, das kommt man da mal rein. Das kommt in so einer Dose. Da ist so ein Logo drauf. Da haben hier die Charaktere. Ich glaube, die macht man so auf. Dann haben wir hier einmal die Standardfassung. Die könnt ihr auch, glaube ich, so bei Amazon kaufen. Ich habe da irgendwie, ich weiß gar nicht mal den Preis, ich dafür bezahlt habe. 90? Ich glaube, 90 Euro hat diese Collected-Edition gekostet. USK 16. Packen wir jetzt gleich aus. Dann haben wir hier, ich denke, das soll das Poster sein. Das ist aber eher ein Tuch statt ein Poster. Gut, aber jetzt mal raus. Ich hoffe nur, dass ich wieder gefaltet kriege. Ich weiß nicht, wie die Leute das immer machen, die das verpacken. Aber die machen das immer schön. So, das ist aber echt auch vom Material. Hier fällt mir auch eine kleine Flagge. Wie meine Ferrari-Flagge, die da hängt. Den Charakteren. Ich habe auch eine andere Collected-Edition bekommen, zu den neuen Asterix & Overlicks. Das Video habe ich aber noch nicht hochgeladen, weil ich doch ein bisschen enttäuscht war. Leider fehlen mir da einige Sachen. Der Schlüsselanhänger hat da gefehlt. Die Sticker. Und was mir noch viel, viel später aufgefallen ist, der Schuber. Dann haben wir den Soundtrack. Ich habe dann halt Astragon, hießen die glaube ich, und natürlich den Entwickler angeschrieben, bzw. den englischen Publisher. Und das ist wo ein bekanntes Problem. Dann haben sie mir einen Link gegeben. Und da muss es halt ein Foto oder einen Kaufblick hochladen. Irgendwann werde ich dann jetzt die fehlenden Sachen kriegen. Ich weiß nur nicht, ob ich das Inboxen hochladen soll jetzt, weil ich war doch ein bisschen da frustriert. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar anschauen, ob ich das machen soll. So, und dann haben wir hier noch das Wackelbild. Seht ihr das? Das war das Cover übrigens von der ersten DVD in Blu-ray von Filmkonfekt. Jetzt kriege ich das auch auf. Dann kriege ich natürlich nicht auf. Na komm. Ah, jetzt kriege ich es auf. So, das kennt ihr jetzt gerade, habe ich euch gezeigt. So, na, das geht es nicht. Ach, da guckt. Dann haben wir das zweite. Das war auch das Vita, glaube ich fällt mir gerade ein. Und dann das vom dritten Teil. Finde ich ganz nett. Und ja auch, ich finde die Dose cool. Der soundtrack ist cool. Das Tuch, aber das ist ja kein Poster. Für mich ist das eher so eine Flagge. Das Spiel natürlich. Das packe ich jetzt auch noch schnell aus. Was ich ein bisschen schade finde, dass es keine deutschen Untertitel gibt. Man hätte ja japanisch lassen können, also die Sprache und deutsche Untertitel. Und ich glaube, dann würden die sich das Spiel auch mehr verkaufen, aber gut. Leider nichts drin. Nur die Karte. Und das war mal ein kleines Unboxen zu Danka Rompa Discardenz, oder wie man es da ausspricht. Und ja, habt ihr euch das auch gekauft? Oder kennt ihr die alten Spiele? Was heißt die alten Spiele? Kennt ihr die original für die Vita oder PS4? Schreibt es doch gerne in den Kommentaren. Ich fand, wie gesagt, den Dispair-Teil richtig cool und auch den V3-Teil, den letzten. Den habe ich ein bisschen gespielt damals. Fand ich auch sehr gut. Nur die ersten, zwei Teile haben mir damals gefehlt. Und ja, das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wenn man einen Kommentar-Like würde, würde ich mich sehr freuen. Finde ich einen Launch-Trader, verlinke ich euch diesen natürlich in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch ein Bild machen. Und ich bin jetzt weg. Auf Wiedersehen. Ciao.